Weg von dem bösen Feuerblaser, weg von dem bösen Feuer. Oh Gott, okay, ich hab's. Oh nein, was war das denn jetzt? Du bist runtergesprungen. Ja, das auch, aber... Vor allem rechts am Rand ist noch so ein Level-Teil. Ja, wie soll ich denn da bitte rankommen, ne? Ja, 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 danke, Aua, hat Spaß gemacht. Aua, Aua, Aua... Alles für das Level. Scheiße, ey. Ja, aber da ganz rechts ist auch noch eins. Du kannst da ganz rechts hingehen und ich lauf zwischendurch durch das Heilteil und niegel dich. Mensch, ich guck mal gerade, was hier noch ist. Da links ist auch noch eins, da ganz oben ist auch noch eins. Ich hol mal gerade erstmal die hier oben. Die erscheint mir gerade ein bisschen, äh, weniger heiß. Nein, ich kann mich da nicht festhalten, so eine Scheiße. Okay. Ähm. Dann haben wir mal eine Blase, ja. Keine Blase, weil sie instant wieder kaputt geht. Aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen. Was the fuck. Ja, da hast du die Blase gerade kaputt gemacht. Ah, so ein Action. Ach, komm schon. Diese Blasen brauchen wir aber auch immer ewig. Pass auf, der kommt gleich so runter, dass er die Blase mitnimmt. Ah, 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 aua, 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 noch ewig. Ja, aber da ist dann, so fällt es automatisch runter, weil da dieses Portalding ist. Ja, aber ich hätte dich gerade gehielt. Aua, ja, toll. Ich hiel dich mal weiter hoch. Ja, aber das bringt mir nichts, weil ich da nicht hinkomme. Da ist dieses Portalding und da fliege ich dann halt automatisch durch. Moment. Aua. Ganz toll. Aua, 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 aua. Ich geh mich gerade rein. Ah. Ah, ja. Noch irgendwelche spannenden Erkenntnisse. Du glaubst jetzt, wöwe Wichter. Ach so, ich bin auch da drin. Wöwe, warum wurde es jetzt nicht geportet? Ah, ich hab eins. Au, aua, 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 ja. Und teilen. Zack. Das war ja jetzt nur eins. Wie soll man denn da an, dass andere dran kommen muss ja gar nicht. Ich muss dir da die Brücke bauen, während du da... ...durchfahren bist du, okay. Ähm. Jetzt hast du es blockiert. Stark. Das ist natürlich... ...ganz cool an sich, aber auch wieder nicht. Ich glaube, ich glaube, ich hab's, also... ...oder, ne, hab ich gar nicht. Was ist denn das? Also, das ist wieder so'n Ding, da kommst du nicht dran, weil das zu eng ist, glaube ich. Betonung auf, glaube ich. Ich guck mal, ob ich das in einer anderen Position blockieren kann. Manchmal gerade mal wieder gehealt. Ähm. Ne, sorge mich. Hey, was machst du denn jetzt? So. Ich hab's blockiert. So. Jetzt kann man da durch. Ja. So, jetzt wird er mit dem... Oh, toll. Oh, dieses Ding ist ja echt herrlich, ist das ja. Boah, ist das... Das macht mir Spaß hier, diese Portale. Das ist ja der Hammer. Aber du kommst ja nicht dran. Moment mal, nimm mal den Zauberer. Okay. Kannst du da irgendwas... Moment, ich guck mir das doch mal an. Ich könnte hier jetzt wieder... ...spannende Sachen zaubern. Wünsche mal gerade, wie geht das mal? Dann... Oh, was war das denn jetzt schon wieder? Du hast so viel gezaubert, dass es wieder... ...aufgegangen ist, ja. Merkst du selber? Ach, scheiße, ist das Ding? Hallo, da kommen wir... Ja, okay, lass... ...weiter. So, nochmal weiterkommen. Oh, wir sind hier wieder in der... Oh, ja. Lass einmal alle sterben gehen, beziehungsweise... So. Oh, mein Gott. So. Jetzt aber... Jetzt auf... ...auf Blase. Ich glaube, das Ding hier muss noch ein bisschen... Da war mal ein kleiner Stocker gerade dran. Das finde ich aber gar nicht schön. Ich habe keine Ahnung, wie man da oben dran kommen soll. Hier geht's dann hier weiter. Oh, das ist so zu... Okay. So, so. Nein. Ich komme, langsam, ja. Ach, scheiße, jetzt bin ich runtergefallen. Mmh, ganz runtergefallen. Amazing. Oder so ähnlich. Aber mir gefallen diese Flammenräder nicht. Die sind immer scheiße. Oder sagen wir mal so, bisher war jede Situation mit diesen Flammenrädern echt... ...nicht so toll. Wir müssen hier auf das drauf, komm mal mit. So, und jetzt? Wir springen mal. Und jetzt musst du da hinten. Noch einer? Ah. Okay. Nein. Okay, aber ich komme auch so wieder hoch. Wow, ja, danke schön. Kam mir... Irgendwas kam mir entgegen. So, hier kann man den nehmen. Hier hinten ist ein Hebel, manch. Ah. Okay. Heißt, unten ist die Tür offen. Aber... Und... Nein. Da oben ist auch noch so ein Erfahrungskal. Ja, ich weiß. Deswegen wollte ich ja... ...gerade eigentlich da hoch. Oh mein Gott, ey. Jedes Mal, wenn ich oben bin, werde ich von irgendwas weggeschoben. Gibt's ja gar nichts. Was in Gottes Namen tut er da? Moment, jetzt haben wir uns so da so... Warte. Also ich komme nicht mehr hoch, das heißt, du musst das so... Hast du das, oder? Das ist schwierig. Du musst einfach nur da oben drauf springen. Reicht der Sprung gar nicht? Einfach springen ist mir so einfach. Das könnte alles so einfach sein. Aber jetzt hat er sich eine Brücke bis einen Millimeter davor gebaut. Ironisch wäre es gewesen, hätte es das immer noch nicht geschafft. So. Jetzt kommt bestimmt wieder irgendeine Spinne uns entgegengesprungen. Aber das sieht hier aber ziemlich final aus, oder? Schön, das sieht ziemlich final aus, ja. Oh, hallo. Was ist das denn? Das sieht echt ziemlich final aus. Also das würde ich aber nicht unterspielen. Die hellenhaften Drei schafften es durch die Fallen und Schrecken des seltsamen Baumhauses. Jawohl! Nur um von der schrecklichsten aller Kreaturen mal zu sein, einen Drachen... Ich halte jetzt mal für ein Gerücht, dass Drachen die schrecklichsten Kreaturen überhaupt sind. Echt mal, die Hexe ist das schrecklichste. Das auch. Oh, hallo du. Oh, der ist fett. Ja, könnte man so behaupten. Aus dem finde ich das Horn auf der Schnute, dass er hat. Absolut geil. Kann man ihn töten oder so? Geht nicht. Kann man ihn in den Mund schießen. Unter, da vorne, da siehst du den Schalter da, unter ihm? Kannst du da irgendwas hinzaubern oder so? Und jetzt? Vielleicht kriegt der ein Upgrade. Wahrscheinlich. So, bam, doppelte Größe. Nee, das ist, oh. Das ist ja weg, Alter, diese... Die Bosskämpfe sind ja lame. Achso. Okay. Ich hoffe, wir treffen nicht auf das Original. Okay. Nur eine Illusion. Jetzt weißt du Bescheid. Warum man den Ausschalter für die Illusion allerdings genau da drunter packt? Hm. Ich weiß es ja nicht. Wie, wie? So, oh Gott, das sieht auch nicht so gesund aus. Ja, nö, das sieht kein bisschen gesund aus. Ich hab' ne Idee. Okay. Wir machen jetzt einen kleinen Umweg gleich. Ja, ich will dich da abhaben. Geh mal einen Schritt weg. Was ist das denn? So, du willst jetzt da oben drüber? Richtig. Ob das mal so gedacht war? Ja, das ist doch die einfachste Variante, oder? Ja. Oder so. Ich guck mal, war. Oh, das sieht wieder nach einem tollen Gefährt aus. Ich wollte gerade sagen. Das sieht wieder nach einem... Ja, ist ein tolles Gefährt, aber ich glaub' nach hinten kannst du nicht. Ah doch, so, für das Ding. 24 und 50. Was ist das gewesen? Hä? Warum hast du jetzt an der Kiste getan? Oh, das ist ja mal schön. Kann durch die Kiste fahren. Okay, bist du bereit? Oh Gott. Es wird jetzt ein Timing, Spaß. Du kannst ja immerhin laufen. Ich kann aber... Ich kann nicht weiterfahren. Ja, weil du die Kiste da unten blockierst. Nein. Okay, ich bin schon mal dran. Lock mich mal mit dem Krieger-Schild. So, äh, ja. Ach, ich hab den scheiß Hammer schon wieder. Haha. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das reicht. Äh, ich schätze mal. Oder muss ich mich da... Da unten ist schon wieder so ein... Ich bezweifle gerade, dass wir so nah an das Ding dran fahren sollten. Oder sollten wir das... Achso. Ja, so geht's auch. Komische Bereitschaft, ja. Oh, jetzt hast du die Tür wieder zugemacht. Warte mal, kann ich den auf den Hebel stellen? Ja, ne? Ist da eigentlich nicht. Nö, geht nicht. Hm, das ist ernsthaft ein komisches Gefährt. Ich mein, was hat uns das jetzt gebracht? Ich glaub, unten wärst du locker besser durchgekommen als... Achso. Block das wieder mit deinem Schild. Achso. Halt das für mich offen. Wenn ich jetzt die Taste loslasse, dann... Ich seh ja nicht, wo ich bin. Ich hoffe, dass ich's gerade am Aufhalten bin. Egal. Ne, wir sind durch. Okay. Na dann. Da gibt's ein kleines Problemchen. Ähm... Eigentlich da kann man da nicht wieder rum. Oder ist das... Ne, das ist nichts zum Roben langgehen. Das ist einfach nur da nicht. Ha. Kannst du unten unten das Dingens abnehmen? Mit dem Zauberer? Ja, oder das? Ja, so geht's auch. Oh, nein. Jetzt macht das Monster. Jetzt macht das Monster. Ernsthaft? Ach, scheiße. Ja, weil... Weil unten ein Feuer drunter ist. Beschützen mich. Nimm den Krieger. Oh, ja. Okay. Okay. Jetzt ist alles gut. Guard. Na, gucken, was hier noch ist. Hier ist ein Sackgasse. Und da kann ich das... Oh, du bist ein Krieger gerade. Kannst du das aufmachen? Ja, kannst du. Da ist schon wieder so eine Monsterspinne. Und hier ist ein Block. Nein, ich will nicht unterfallen. Sack. Hier, geh mal hoch. Oh, zwei Monsterspinne. Alter. Wie ist das noch? Oh, nein. Nein. Ich hab's getroffen. Nein, ich versuche mal gerade die Monsterspinne. Ja, die Monsterspinne. Nee, die Monsterspinne nicht. Na, toll. Ja, Moment. Jetzt komm ich da aber nicht hoch. Oh, Gott. So, und jetzt du. Du kannst auch den Magier haben. Ja, hey. Aber ich kann ja einfach... Ich weiß auch nicht, wie man hier dreht. Ah, so. Okay, ich hab's... Oh, doch nicht. Ah. Alter. Ach, scheiß drauf. Komm, bestimmt auch irgendwo unten durch. Ich bin runtergefallen übrigens. Ey, ich bin gar wieder ganz vorne. Ist schon so ein bisschen amazing, ne? So ab und zu. Okay. Dann hast du jetzt die einmalige Chance, mich hochzuheben. Na, mit dem Zauber komm ich nicht klar. Was aber auch ganz eindeutig an dem Gamepad liegen will. Haha, nein. Doch, das glaub ich schon. Also nicht an dem Gamepad, sondern an dem Gamepad generell. Das ist echt eine doofe Steuerung, ja. So komische Zeichenspiele mit dem Gamepad geben, stimmt auch gar nicht. So, jetzt bin ich oben. Müsst du nur noch nachkommen. Oh, Gott. Das muss jetzt einfach nur ein guter Sprung sein, dann. Geronimo. Nein, du kommst ja gar nicht ran. Nein. Du kommst ja gar nicht ran. Was ist das denn für ein Morax? Kommst du da hinten dran? Und das Ding. Wobei hier unten, guck mal, hier unten sind Stacheln, da kannst du das dran kleben. Von unten. Die Dingern, siehst du das? Ja, okay. Muss halt zauber, oder? Du machst das schon. Ich bin zauber. Ich überlege nicht, zauber einfach. Was ein Satz. Ich bin zauber. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.